Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas für einen Podcast Episode 181. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Eine Hardcore-Podcast-Woche liegt hinter mir. Ich hatte es letzte Woche schon, glaube ich, erwähnt, dass ich in dieser Woche alle Produktionen gleichzeitig habe, die ich sozusagen verantworte und denen ich beteiligt bin. Also dieses Podcast-Format, dann waren wir am Montag, habe ich das Nord-Süd-Gefälle aufgenommen. Dienstag war Tobi hier für What's in Your Pants. Danach war ich auch noch zu Gast beim Podcast-Imperium, dazu später mehr. Dann hatte ich zwei Tage Pause und am Freitag gab es dann nochmal den High-Alarm-Podcast. Und jetzt sind wir hier, Sonntag ist ja Jörn Schaas feiner Podcast-Tag, also der Personal-Podcast, der muss ja auch produziert werden. Also alles mit dabei, was aus meinem Studio so rausfällt und sogar noch ein bisschen mehr. Das Podcast-Imperium, das ist das so, ja, also es ist mehr so die Persiflage eines Labels, glaube ich, was Sascha Erder da aufzieht. Der produziert ja auch wie ein Wilder und sammelt das Ganze unter das Podcast-Imperium. Und jetzt soll eben auch ein Meta-Podcast erscheinen, wo eben Sascha mit wechselnder Beteiligung von seinen Produktionskollegen, von seinem Podcast-Kollegen dann irgendwelche Themen aus der Podcast-Szene bespricht. Das war jetzt, glaube ich, der Aufschlag, den wir da gemacht haben, ist auch noch nicht online. Das muss ich irgendwann mal nachtragen. Und es ging nochmal um das Thema Geld verdienen. Da gab es ja von mir irgendwann mal diese Meta-Episode zu, dann habe ich auf der Subscribe da ja schon beim Hör-doch-mal-zu-Podcast mitgewirkt, auch über das Thema gesprochen. Und dann gab es aber noch so ein paar Punkte, die Sascha nicht gehört hat in den ganzen Produktionen, worüber wir auch nochmal sprechen sollten. Und dazu hatten wir dann jetzt am Dienstag die Zeit. Das war ein sehr angenehmes Gespräch mit einerseits Sascha und andererseits, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen, von der Film- und Serienrepublik. Ah, ich glaube, nee, ich weiß es nicht mehr. Naja, also wir haben locker, ich weiß nicht, Stunde, bisschen mehr, haben wir aufgezeichnet. Vorher ungefähr eine halbe Stunde geschnackt, nachher nochmal eine Dreiviertelstunde bestimmt. Also es war ein richtig angenehmes Gespräch. Sehr angenehme und entspannte Atmosphäre dazu. Also das war fünf Sterne gerne wieder. Das ist eigentlich so die Geschichte. Aber lass mal vorne anfangen mit dem Rückblick auf die Woche. Ich war lost im Bahnchaos. Das war am Montag, sollte ich ja, ich muss ja jetzt immer, ich habe jetzt das so ausgedealt mit den Kollegen, dass ich immer montags Frühdienst habe im Studio. und wollte also so wie immer zum Zug laufen und bin dann so wie immer, also der fährt um 5 Uhr 23 oder so und gehe dann also kurz vor 5 los. Und so auf halber Strecke habe ich gedacht, naja, kannst du ja mal gucken, ob der pünktlich ist oder ob irgendwie eine Verspätung kommt. Und dann waren die Abfahrtszeiten irgendwie ganz anders. Und normalerweise, also wir waren halt um eine halbe Stunde verschoben. Und anstatt, also es kam mir überhaupt gar nicht komisch vor, weil ich nämlich am Tag vorher die Herzdame zum Zug gebracht habe. Und da waren wegen Bauarbeiten die Abfahrtszeiten genauso verschoben. Und ich dachte, das ist nur am Sonntag, aber naja, gut, okay, dann wird das wohl auch heute sein. Dann habe ich so gedacht, okay, jetzt schaffst du es ja gar nicht mehr, wenn der Zug jetzt nicht um 5 Uhr 23 fährt, sondern um 5 Uhr 53. Schaffst du es nicht mehr pünktlich zu um 6 Uhr ins Büro, also ab nach Hause, habe den Autoschlüssel geholt und wollte mit dem Auto fahren. Das ging aber nicht, die Karre war zugefroren. Und es war so doll, dass ich sie auch nicht aufgekriegt habe. Also Türschloss zu, alle Scheiben komplett unter einem Meter dicken Eispanzer. Und ja gut, dann habe ich also das einzig Richtige getan und bin dann, habe ich wieder auf dem Weg zum Bahnhof gemacht und habe gedacht, na gut, da ist es ja möglicherweise eine Geschichte. Habe also schon mal von unterwegs die Pressestelle der Bahn angerufen, um in Erfahrung zu bringen, was denn da los ist. Das war, ich hatte nur vom Vortag noch im Ohr aus der Lautsprecherdurchsage Bauarbeiten. Da wollte ich halt genau wissen, was das ist und was da dazu geführt hat. Und habe also dann schon mal Bescheid gesagt in Kiel bei den Kollegen, dass ich an der Frühkonferenz nicht teilnehmen kann, weil der Zug nicht fährt und das ist alles ganz blöde. Und ich warte jetzt noch auf einen Rückruf von der Pressestelle und war richtig stinkig. Und dann so 300 Meter vorm Bahnhof rief dann die Pressestelle wieder zurück und sagte, Entschuldigung, die Baustelle, also ich finde da nichts. Jetzt, hier ist, wir fahren nach Plan. Ich habe eben nochmal extra mit der Verkehrslenkung in Kiel gesprochen und nee, das ist alles in Ordnung. Und das Einzige ist halt diese Baustelle zwischen Itzehoe und Elmshorn, da kommt es halt zu leichten Verspätungen, aber nicht so, wie sie es geschildert haben. Ich so, das ist ja komisch. Und weil sie dann auch so drauf beharrte und sagte, nee, es ist alles in Ordnung. Und ich sagte, ja, aber die App zeigt doch was völlig anderes an und habe mich da also halberlei mit ihr gestritten und sagte, nee, mit der App hat sie nichts zu kriegen. Da weiß sie auch nichts. Das ist ja ein Drittanbieter, nämlich der Verkehrsverbund hier in Schleswig-Holstein, HSH. Da müsste ich dann mit denen sprechen. Ich kam dann in den Bahnhof rein und war angemessen verwirrt, dass also die Züge tatsächlich pünktlich fuhren und es nur fünf bis zehn Minuten Verspätung gab auf meiner Strecke. Und der vermeintlich verschobene Zug, wo ich gesagt habe, okay, das ist mein 5.23 Uhr, der fährt also eine halbe Stunde später. Dann nehme ich den und der war gar nicht auf der Anzeige. Und ich habe so gedacht, was ist denn hier los? Flucht nochmal. Also musste bis 6.25 Uhr warten, habe dann noch einen Tee getrunken im Bahnhofsbistro und war alles in Ordnung eigentlich. Aber ich war halt echt pissig und war schon mit Bahnchaos mäßig, war ich schon, also ich war wieder mal auf 180, habe glaube ich auch diverse nörgelige Tweets rausgehauen. Das ist ja das Einzige, was man in dem Moment machen kann. Und als ich dann später im Büro war, habe ich also gleich dem Pressesprecher des Nahverkehrsverbundes auf einen Anrufbeantworter gesprochen, somit wir müssen mal reden über die Fahrzeiten der Züge und die Zeiten, die in der App angezeigt werden. Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, dass es ja an mir liegen könnte. Habe ich gar nicht überprüft auf der ganzen Strecke und tatsächlich habe ich in der App quasi in die falsche Richtung geguckt. Also ich habe mir die Fahrzeiten von Heide nach Husum angucken, anzeigen lassen und nicht umgekehrt, weil ich halt am Vorabend für meine Frau noch eine Abfahrtszeit raussuchen musste, als sie auf dem Rückweg war. Und habe überhaupt gar nicht mit in keiner Sekunde daran gedacht, dass es einfach die falsche Strecke sein könnte, die mir diese App anzeigt, weil ich sie halt einfach noch aufgemacht habe. Alles klar, drauf drücken, passt schon. Ja, ich war noch nicht so richtig wach und habe dann also sofort die Pressestelle angerufen und mich entschuldigt von der Bahn. Habe den Pressesprecher vom Nahverkehrsverbund nochmal auf einen Anrufbeantworter gesprochen, so von wegen, ich habe jetzt die Augen aufgemacht und habe gesehen, dass der Fehler bei mir lag. Ich brauche nicht reagieren auf die Anfrage, ist alles gut. Ja, und so habe ich dann eben eine Stunde, fast anderthalb Stunden verdattelt auf dem Weg zur Arbeit. Gut, ich konnte immer einen Podcast hören, das war gut, aber eigentlich hätte ich ja arbeiten sollen. Dann ging es schon gut los. Und es ging auch gut weiter, denn am Dienstag ist mein neues Handy angekommen. Ich habe mich jetzt entschieden für das S8 Plus. Ich weiß gar nicht genau, was nur am Ende der Grund war. Ich habe das S8 und das S8 Plus ja miteinander verglichen und habe da, also ich habe mir keine Notiz gemacht, was jetzt mein Entscheidungskriterium war. Ich glaube, das war irgendwie eine etwas längere Akkulaufzeit oder irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das Ding genommen. Es ging dann auch relativ schnell. Also ich habe bei Vodafone angerufen und habe ich das erzählt? Ja klar, habe ich das erzählt. Ja, das Ding kam planmäßig am Dienstag an. Einen Tag früher als erwartet und vor allen Dingen auch unspektakulärer als erwartet, denn eigentlich hätte das ja mit Postident laufen sollen. Also sprich, jemand kontrolliert meinen Ausweis. Deswegen habe ich es mir ins Büro schicken lassen und irgendwo anders hin. Und der Typ klingelte halt. Ich war sowieso zufällig an der Tür und habe aufgemacht und gesagt, ach ja, das bin ja ich. Kriegte also dann nur noch den Unterschreibeautomaten da hingehalten und dann war der Typ wieder weg. Also war nichts mehr. Es hätte jeder annehmen können, der clever genug gewesen wäre, zu sagen, das bin ja ich. Bin ja mit Blümchen. Und jetzt habe ich dieses Ding also rumliegen gehabt und habe gesagt, ja komm, dann lasse ich es. Ich habe es wirklich dann noch eingepackt gelassen, weil ich gesagt habe, am Dienstag habe ich so viel Kram, so viel Podcast Kram, dass ich sowieso nicht dazu komme, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich hatte mir auch noch eine Speicherkarte bestellt für das Ding. Das S8 Plus kann bis zu 256 Gigabyte Speicherplatz auf einer externen Speicherkarte verarbeiten. Die kosten allerdings auch 150 Euro. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen viel. Und habe nochmal weiter geguckt und festgestellt, dass 200 Gigabyte nur 80 Euro kosten. Und das fand ich, ist ein guter Kompromiss. Und habe mir so ein Ding also noch kommen lassen. Das sollte dann auch direkt nach Hause geliefert werden. Und dementsprechend habe ich es erstmal liegen lassen. Und ich hatte auch noch diverse Handyhöhlen im Zulauf. Das war auch noch so ein Thema. Das war total Banane. Die sollten nämlich auch alle am Dienstag, glaube ich, kommen. Ja, Dienstag sollten die kommen. Mir war klar, dass das S8 das erste Handy sein würde, das eine Hülle bekommt. Weil ich es im Laden schon mal in der Hand hatte. Und ich fand es einfach extrem so glatt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das würde mir irgendwann mal aus der Hand flutschen. Und es macht auch vor allen Dingen nicht so einen stabilen Eindruck. Es ist irgendwie, weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn das Ding runterfällt, dann ist es halt auch wirklich kaputt. Und ich bin ja sehr stolz darauf, dass ich es noch nie geschafft habe, ein Handy bei einem Sturz kaputt zu machen. Das würde mit diesem Ding, glaube ich, funktionieren. Also habe ich eine Hülle bestellt. Und ich wusste nicht, welche Hülle ich haben will. Habe also vier Stück bestellt. Das alte Zalando-Prinzip. Eine, so ein, ja, wie so ein Rahmen halt, wo einfach nur das Handy drin liegt. Und man ist halt, ja, so. Und dieses andere, die anderen, das waren alles so eine E2Bs, wo also dann das Handy in so einer Hülle ist. Auch in so einem Rahmen. Aber außen drum ist nochmal so ein Zuglapp, so ein Deckel halt, wo man dann noch irgendwie was reintun kann. Also da hatte ich verschiedene im Auge, die ich mir mal genauer angucken wollte. Und die hatte ich mir kommen lassen. Und die sollten, aus irgendeinem Grund kamen die in zwei verschiedenen Sendungen. Die eine ganz schnell, die andere ein bisschen später. Genau, die zweite Portion kam erst am Freitag an. Und die erste, der Rahmen und die, und das erste Etui, die waren schon am Dienstag da. Ja, das war aber so, das war lost in Postdienstleistung. Total bescheuert immer. Kriegst du eine SMS morgens irgendwie, Amazon.de, nehmen sie Kontakt mit dem Kundendienst auf und klicken sie hier. Und ich so, was schreiben die denn da eine SMS? Äh, das ist irgendwie merkwürdig. Und hab dann noch, hab dann, als ich im Büro war, erstmal meine E-Mails angeguckt. Da stand auch eine Mail von Amazon, ne Quatsch, von DHL Express. Das hätte, meine Bestellung hätte nicht mehr in die Packstation gepasst. Und jetzt könnte ich das also in Neumünster abholen. Ich könnte aber auch einfach hier klicken und eine neue Zustellung veranlassen. Oder diese 080 Nummer anrufen. Gut, okay, dann nimmst du die. Weil, also ich hab vor allem nochmal bei Amazon gegengecheckt. Und ja, da stand auch, es gab ein Problem mit ihrer Sendung. Nehmen sie Kontakt mit dem Zusteller auf. Ähm, ja, stellt sich raus, das Paket mit den Handyhüllen wurde per DHL Express verschickt. Und wenn DHL Express die Sachen nicht in die Packstation bekommt, dann schicken sie die zur DHL Express Zentrale in Neumünster. Das stand auch so in der Mail. Also die Mail war echt. Und sie konnten die aber nicht in die Husumer Post Filiale, Entschuldigung, Post Bank Filiale bringen lassen. Weil die keine DHL Express Geschichten annimmt. Also es gibt, das hab ich wieder gelernt, das ist wieder neu. Es gibt einerseits die Deutsche Post AG. Die wickelt Briefe und so ein Kram ab. Und Päckchen. Dann gibt es die Post Bank. Die hat die ganzen Filialen. Und betreibt darin auch noch Schreibfadengeschäfte. Dann gibt es DHL. Die machen die normalen Pakete. Und es gibt DHL Express, die die Express-Sendung, Express-Pakete bearbeiten, aber die nichts und auch gar nichts mit DHL zu tun haben. Erklären konnte mir der Typ an der Hotline das auch nicht. Der sagte auch, ja, das ist für den Außenstehenden, das ist total widersinnig. Ich sag, ja genau, richtig. Und hab dann nochmal die Geschichte erzählt, wie man in Husum an seine Pakete kommt. Was hatte ich auch mal hier im Podcast. Das ist total absurd. Weil nämlich DHL in Husum eine eigene Basis hat, die nicht identisch ist mit der Postbank-Filiale. Obwohl die groß genug wäre. Und deswegen fährt also der DHL-Bote nach seiner Runde ins Gewerbegebiet zur DHL-Basis. Lädt da die Pakete aus, die nicht zugestellt werden konnten. Und dort kommt dann ein dritter Dienstleister hin, eine Firma, die diese Pakete einsammelt und in die Postbank-Filiale fährt. Dort werden sie dann in irgendein Regal einsortiert und da kann ich es mir dann ab 17 Uhr abholen. Außer natürlich, der Paket-Bote hat mich am Freitag oder Samstag nicht angetroffen. Denn am Wochenende arbeitet diese Dienstleistungsfirma nicht. Und dann kann ich mir das Paket immer erst Montag abholen. Total absurd. Total absurd. Aber was weiß ich schon. Naja, jedenfalls habe ich es dann, waren die so nett, dass sie gesagt haben, ja, von Husum nach Neumünster fahren, um ein Paket abzuholen, ist auch irgendwie Quatsch. Wir machen eine neue Zustellung. Und in dem Fall sollte es dann in die Firma gehen. Auch ins Büro, damit ich es auf jeden Fall bekomme. Und das hat dann auch funktioniert, da war es dann, hatte ich ja Mittwoch da. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das Handy eingerichtet. Alles in allem hat es ungefähr vier Stunden gedauert. Also die Einrichtung so, Speicherkarte rein, Nano-SIM-Karte rein, bla 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 bla, das ganze Ching-Ching-Ching, Apps runterladen und so weiter. Und bei den ganzen Diensten wieder neu anmelden, überhaupt kein Problem, war eine Stunde erledigt. Was aber lange gedauert hat, war, meine Podcast-Playlist wieder so hin zu arrangieren, wie sie mal war. Weil ich ja, also ich kann ja in einem guten Podcatcher, kannst du ja die Abo-Liste exportieren in die sogenannte OPML-Datei. Das mache ich ja auch und stelle meine OPML-Datei ja auch immer online zur Verfügung. Also da gibt es immer eine aktuelle Version auf meinem Blog zum Download. Das hat auch funktioniert, nur gehen dann halt die bereits heruntergeladenen Episoden natürlich verloren. Die sind halt immer noch auf dem alten Handy und nicht auf dem, wo es jetzt sein sollte. Also habe ich dann das alte Handy genommen und immer einzeln die Episode runtergeladen, so wie sie halt in der Reihenfolge auch waren, damit das dann einigermaßen hinhaut. Und das hat, wie gesagt, ungefähr nochmal zwei Stunden verschlungen und bis ich dann so einigermaßen mich zurechtgefunden hatte, mit welche Klingeltöne will ich haben, welche Benachrichtigungen, wo muss ich noch irgendwie mich anmelden, wieder diese ganzen Messenger-Geschichten, so das war dann, ja. Also ich habe im Prinzip den ganzen Nachmittag damit verbracht. Aber jetzt läuft es einigermaßen und es ist dann, es ist noch nicht fertig. Ich muss immer noch so ein paar Details, da muss ich noch schrauben. Aber ich bin jetzt einigermaßen zufrieden und habe es dann soweit am Start. Ja, Freitag kamen dann, wie gesagt, die anderen Hüllen. Und da ist mir gleich beim Auspacken klar geworden, nein, die gehen wieder zurück. Die sahen auf dem Foto deutlich besser aus als in echt und das geht gar nicht. Da habe ich mir also schon die Rücksendemarken ausgedruckt und das muss ich jetzt gleich noch zur Packstation bringen, damit das dann auch ordnungsgemäß verschickt werden kann, dass ich die Kohle also dann wiederkriege. Ja, dann habe ich noch, achso, wir hatten noch Besuch. Gestern war unsere Nichte da, die hatte noch eine Freundin dabei, weil das Nichtenkind nämlich noch einen Gutschein von uns hatte, den wir ihr zum Geburtstag geschenkt hatten oder zu Weihnachten sogar, weiß ich gar nicht. Über 30 Euro im Reiterladen, da durfte sie sich noch was aussuchen und dann hat sie also ihre Freundin eingepackt. Und dann haben die eine Abenteuerreise gemacht mit dem Zug von Kiel nach Husum für zwei elfjährige Mädels, super aufregend und vor allen Dingen aber auch super cool. Sie sagte halt, die Fahrt war sehr teuer, es lag aber nicht am Ticket, sondern deswegen daran, dass sie halt ständig am Handy rumgedattelt haben und ihr Datenvolumen ziemlich strapaziert haben, die beiden Damen. Aber das war sehr witzig mit denen, wir hatten irgendwie fünf Stunden zusammen, wir waren schnell im Reiterladen, haben dann noch überlegt, ob wir noch was essen wollen. Stattdessen sind wir noch mal kurz nach Hause gegangen, um irgendwie einen Tee zu trinken und so. Wir waren noch eine halbe, dreiviertel Stunde zu Hause, ach genau, ich musste mit dem Hund, das wollte ich noch erledigen. Und dann sind wir, sollten, wollten wir ins Funcenter fahren, das ist so ein Indoor-Spielplatz, da kann man allen möglichen Kram machen, so eine Tobehalle im Wesentlichen. Und die Mädels wollten gar nicht los, weil die halt so auf der Couch festgewachsen waren und hier gab es ja WLAN. Und da haben sie da eigentlich, keine Ahnung, was so ein Reiterspiel gespielt. Und ich sage, ja, wollen wir denn langsam los? Ja, wir waren doch heute schon los, wir waren doch schon im Reiterladen. Ich sage, ja, aber ihr wolltet doch ins Funcenter. Ja, aber hier ist ja auch WLAN und so. Wir müssen das jetzt unbedingt hier noch zu Ende machen. Ich sage, ja, alles klar, ich mache mal das WLAN aus. Da gab es Geschrei. Sie waren sich aber, also wir waren uns ja einig, dass wir los wollten, also es war mehr Spaß, glaube ich. Und im Endeffekt waren wir dann noch zweieinhalb Stunden da in diesem Funcenter und dafür, dass sie halt ursprünglich gar nicht mehr los wollten, waren sie dann aber doch sehr schnell verschwunden, als wir reinkamen. Also reingehen, bezahlen, Schuhe ausziehen und bevor wir sagen konnten, ja, wir suchen uns dann einen Platz, kommt mal, lass mal mitgucken, wo wir uns hinsetzen können, waren die schon verschwunden und auf dem Trampolin. Das haben wir aber erst 20 Minuten später herausgefunden, weil wir erst mal durch das ganze Ding gelaufen sind und gedacht haben, na, wo werden sie denn wohl sein? Na ja gut, aber andererseits, die sind alt genug, die wissen sich beide zu behaupten und irgendwie werden wir uns schon wieder finden. Das ist ja dann auch wieder ganz gut, wenn die jetzt entgehen. Als ich drei oder vier gewesen wäre, hätte ich mir mehr Sorgen gemacht, aber so war das keine große Sache. Dann haben wir noch was gegessen da. Es gab Pommes und Burger und Pizza. Der Burger war wohl nicht so gut, habe ich mir sagen lassen. Den mochte sie nicht. Also die Tomaten ihr nicht geschmeckt haben. Dann haben sie gesagt, ja, habe ich gesagt, dann nimm uns die Tomaten runter. Dann ging es, aber der war so, ja, der war halt einfach ein bisschen matschig geworden. Den haben sie einfach nicht so gut gemacht. Das war sehr schade. Das war ein ziemliches Schlachtfeld auf dem Teller. Das hätte aber auch kein Erwachsener besser essen können. Dieses Ding, der ist komplett auseinandergefallen. Aber das war auch völlig unwichtig eigentlich. Nach den zweieinhalb Stunden haben wir die beiden dann wieder in den Zug gesetzt und da noch ein bisschen Quatsch gemacht, bis der dann auch wirklich losgefahren ist. Weil wir uns zehn Minuten lang wie die Bekloppten am Bahnhofsteig und aus dem Zug heraus zugewunken haben. Das war sehr witzig. Und die zwei sind einfach Zucker, waren super, super anständig und sehr, sehr lieb. Bisschen frech, aber es war also völlig im Rahmen und einfach auch sehr witzig. Wir haben halt Quatsch gemacht. Also Außenstehende könnten den einen oder anderen Spruch von den beiden, glaube ich, als unverschämt empfinden. Aber es war völlig klar und die haben wir dann auch von uns Konter gekriegt. Und das war top in Ordnung, so sehr, dass Lisa danach gesagt hat, sie möchte dann doch bitte bei uns bleiben, damit sie Ruhe hat vor ihren Brüdern. Das war dieses Freundinnenkind der Nichte, die wollte sich gleich adoptieren lassen, weil sie auch zu Hause nichts darf. Und die Erkenntnis, dass sie auch bei uns nichts dürfen würde, wenn sie bei uns wohnen würde, die hat sie erst spät erreicht, weil wir gesagt haben, naja, man darf ja nur fremde Kinder so verwöhnen. Die eigenen, die muss man schon irgendwie kurz halten. Nee, war alles in Ordnung und danach haben wir den Rest des Abends mit Prison Break verbracht, bis ich dann relativ früh ins Bett musste. Denn heute Morgen war ja wieder viel zu früh Dienst. Um fünf sollte ich in Kiel sein. Nein, Quatsch, um fünf sollte ich nach Kiel fahren, um sieben sollte ich da sein. Und ich bin so, weiß ich nicht, schlussendlich zwanzig nach fünf oder was losgekommen. Immer noch viel zu früh, weil man fährt halt, wenn kein Verkehr ist, von Husum nach Kiel eine Stunde fünfzehn. Nichtsdestotrotz musst du ja ein bisschen Pufferzeit einplanen, das könnte ja was sein. Schwertransport, Stau, weiß der Geier was. Es ist natürlich nie was, aber bist du halt eine Stunde, eine halbe Stunde zu früh. Gut, ist egal. Wichtig, und deswegen erzähle ich das eigentlich nur, als ich in Husum losgefahren bin, ist mir jemand, naja, vor das Auto gelaufen ist, ein bisschen übertrieben. Also der war schon noch auf dem Bürgersteig, aber der geriet halt in mein Scheinwerferlicht. Und das war insofern interessant, als der nur ein T-Shirt und eine Boxershorts anhatte und barfuß war. Und als mein Scheinwerferlicht ihn erfasste, gab der Typ Vollgas und ist losgerannt. Eine Hand am Gemächt und die andere, ich weiß nicht, was das für einer war und vor wem der auf der Flucht war. Keine Ahnung, hat sich nicht aufgeklärt, wird sich möglicherweise auch nicht aufklären. Es war nur sehr witzig, weil es war auch eine Außentemperatur von, weiß ich nicht, sechs Grad. Es hat geregnet, also spaßig war das nicht, was der da veranstaltet hat. Na gut, keine Ahnung. Das war es aus meiner Woche. So schnell ist das erzählt. Na ja, schnell, auch fast eine halbe Stunde. Ich wünsche euch was. Ich muss jetzt mal den High Alarm Podcast noch zu Ende produzieren, damit er morgen am Montag erscheinen kann. Es geht diesmal um Empire of the Sharks, ein fantastisch trashiger Film über, das ist im Prinzip Waterworld mit Haien schon wieder, weil wir mit Planet of the Sharks so einen Film gerade vor gefühlt einem Vierteljahr oder einem halben Jahr im Podcast hatten. Macht aber doch einen Heidenspaß, den anzugucken, kann ich sehr empfehlen. Ist auf gar keinen Fall verschwendete Lebenszeit. Und drüber sprechen hat auch vor allem Spaß gemacht. Das war eine schöne Folge und die muss ich jetzt halt noch einigermaßen veröffentlichungsreif machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Und wir hören uns ja dann schon nächste Woche wieder. Das wird super. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020